Dann noch ein bisschen zu dem Einstieg, ist mir einfach auch nochmal Jocko eingefallen, der das, er stated ein bisschen the obvious, also das, was eh klar ist, aber ich finde in dieser Klarheit hilft es einfach noch einmal, wenn du eine neue Stelle übernimmst, braucht es einfach ein bisschen dieses Zurücklehnen einmal, sich der Situation anzunehmen und so für dich als eben neue Führungskraft zu beurteilen, wo stehen die da gerade? Stehen die da so, dass da eigentlich alles super läuft, also gut läuft, sagen wir es mal so, dass da alles eigentlich gut läuft, stehen die da, dass das zwar jetzt nicht unbedingt so ist, wie es vielleicht laufen sollte, aber ich meine, das Ding tut einfach und das Werk läuft, wie man so schön sagt, oder ist da mehr oder weniger Gefahr im Verzug? Und aus diesen drei Möglichkeiten, die du da hast, musst du einfach, also die musst du mal feststellen und die stellst du fest über alles, was du gerade aufgezählt hast, über Gespräche, über Gefühle natürlich auch, wenn du dort reinkommst, was dort gerade läuft, über wie du dich präsentierst etc. Und dann musst du deine initialen Maßnahmen davon eigentlich ableiten, weil wenn dort eh alles gut läuft, dann wirst du da jetzt nicht hoffentlich nicht reinfahren und alles irgendwie nur aus, ich bin so toll und ich bin eine neue und ich mache jetzt alles anders, Aspekten da reinfahren. Ja, wenn dort eigentlich eh einiges läuft und einiges nicht so toll, ja dann such dir doch bitte zwei Maßnahmen oder vielleicht drei aus, wo du sagst, liebe Leute, ich finde das super, was ihr da macht, ich aus meiner Erfahrung würde meinen, auf den zwei Ecken da, da schauen wir jetzt einmal drauf, da führen wir jetzt eine kleine Veränderung durch und dann schauen wir, ob das uns hilft im Team und sprechen drüber. Oder, da ist schon gerade Gefahr im Verzug, ja gut, dann wirst du dort reinfahren und dann wirst du Sachen einfach nehmen, wegmachen, ändern, anders einführen etc. Und dieses Framework möchte ich geradezu sagen, dass man das auf der Reflexionsebene klar hat, ich gehe da mal rein, ich schaue mal und dann bewerte ich, ich meine es gibt für Regierungen diese übliche 100-Tages-Frist, die vielleicht auch gar nicht so schlecht ist, kommt natürlich viel auf die Situation drauf an, weil wenn dort schon Gefahr im Verzug ist, sind 100 Tage wahrscheinlich zu wenig. Aber es wird zumindest mal eine Woche oder vielleicht auch zwei sein, um einfach mal zu schauen und ich kann mich erinnern, unser neuer damals Team-Lead für einen durchaus großen Bereich, der hat sich mal einen ganzen Release lang Zeit genommen, hat dort immer nur ein bisschen geschaut, hat genickt, hat vielleicht den einen oder anderen Tipp losgegeben, aber sonst eigentlich unter Anführungszeichen nichts gemacht. Und nach dem ersten Release, er wollte sozusagen diese ganzen Prozesse einmal durchsehen, nach dem ersten Prozess, also Release, hat er dann sozusagen seine Findings auch durchaus präsentiert und hat gesagt, okay, auf der Ecke, das gehen wir an, das werden wir angehen und dort finde ich, das passt alles gut und dort und dort möchte ich unbedingt Maßnahmen setzen, weil so kann man auf der Ecke nicht arbeiten.